hallo und herzlich willkommen zur hand des tages heute sitze ich mit ace king im big blind und drei bette hier einen fisch der fisch isoliert hier einen augenscheinlich anderen fisch ich habe keine stats von ihm bisher in utg ich entscheide mich hier für eine drei bett man kann hier überlegen ob man nur call um gleich beide schlechte spiele in der hand zu haben aber da ich auch zu meinen out of position bin meine hand off suited ist und ich hier ist gern preflop gern reinbringen würde da ich denke dass mitsa hier mit einer sehr weit range broke geht entscheide ich mich für eine drei bett ich mache sie auch recht groß ich muss hier gegen ihn nicht balancen ich möchte einfach so viel geld wie möglich direkt preflop reinbringen und entscheidet sich von den call es ist natürlich schön und wir treffen top pair dass wir hier broke gehen der ist denke ich soweit relativ klar jetzt ist nur die frage wie bekommen wir am einfachsten das geld rein ich entscheide mich hier für einen check race einfach weil ich ihm die möglichkeit geben möchte zu bluffen und protection ist für mich in dem sport relativ unwichtig geworden ich habe hier noch knapp pot size behind und deswegen check ich zu ihm und er stellt es rein ich call ihn beziehungsweise ich re-raise ihn er stellt nämlich nicht ganz rein und er callt mit ace queen ja das ist genau so eine hand von der ich am flop noch einen push wollte wo er zumindest noch die möglichkeit hat den flop zu folgen auch wenn ich es nicht glaubt aber es gibt hier natürlich noch viele andere hände die preflop callen wird einfach in der hoffnung den flop zu treffen und dann auf einem push meinerseits foldet und so gibt mir wenigstens noch die chance den fehler zu machen und das geld selber reinzustellen wenn er dann den flop behind checkt ja dann müssen wir halt den turn pushen oder den river dann müssen wir einfach hoffen dass er den hero call macht aber so ist es natürlich optimal wir gewinnen den pot und sind glücklich ja das war's von mir ich wünsche euch viel glück an den tischen bis zum nächsten Mal